servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir sind wieder bei weekly reset also dem format wo wir uns angucken was ihr in dieser woche in world of warcraft alles so erledigen könnt und tun könnt und dementsprechend let's go vorher aber noch eine kleine botschaft von meinem partner holy wo es aktuell black week gibt da könnt ihr aktuell noch jede menge geld sparen holy energy ist die alternative zu herkömmlichen energy drinks ohne zucker ohne künstlichen bullshit in zahlreichen leckeren geschmacks sorten ist holy energy die perfekte alternative für euch wenn ihr energie braucht aber auf zucker kalorien ein koffein crash und so weiter und sofort verzichten wollt zubereitung ist ganz einfach wasser in den shaker gerne ein paar eiswürfel dazu pulver drauf einfach mal kurz schütteln und fertig ist euer leckerer energy drink für unterwegs wenn ihr aber sagt ich möchte nicht zu viel koffein zu mir nehmen dann hat holy auch eistee im sortiment gibt es ebenfalls in zahlreichen leckeren geschmackssorten und das beste sowohl das energy drink als auch den eistee gibt es in probierpäckchen also checkt die links in der video beschreibung und meine codes da könnt ihr noch mal ordentlich was sparen und ich wünsche euch ganz viel spaß mit holy so damit sind wir zurück fangen wir erstmal mit den sachen an die neu sind in dieser woche zum einen natürlich gönnt euch eure volt wenn ihr denn in der letzten woche was gemacht habt die ist jetzt aktualisiert auf season 3 loot dazu ist es möglich sich den zweiten spark abzuholen also den zweiten funken heißt ihr könnt euer zweites item craften und hier vorne in waldracken findet ihr einen neuen npc valonite die gibt euch eine questline rund um tür das ist ja was was in den vorherigen patches immer so ein bisschen fortgeführt wurde jetzt findet die questline dann ihren abschluss ihr bekommt dafür weiße schuppen für eure dragon riding dudes und so weiter und so fort also ran an den speck lohnt sich bestimmt zu spielen ich habe es noch nicht gemacht aber ich behaupte es jetzt einfach mal weil ich ein kleiner lügner bin dann machen wir weiter erstmal mit den weekly events bevor wir in den traum gucken und so weiter da haben wir die arena ruft gewinnt zehn arena geplänkel dementsprechend gibt es auch in geplänkeln 50 prozent mehr ehre allerdings weiß nicht ob das noch überhaupt jemanden interessiert was will er von mir also das ist die katalysator quest das solltet ihr vielleicht auch dran denken katalysator hat schon seit letzter woche auf allerdings könnt ihr halt immer noch wenn ihr eure aufladung nicht eingelöst habt ein item in ein tset umwandeln nächste woche gibt es die zweite aufladung das nicht vergessen wenn ihr noch rufe haben wollt bei den traumwächtern solltet ihr natürlich nutzen den 19 geburtstag von wow buff und es läuft noch bis sonntag das pilgerfreuden fest bis zum 26 da könnt ihr euch an hier diese tische setzen an jedem tisch fünfmal das essen rein schnabulieren und dann kriegt ihr ein zehn prozent ruf buff der eine stunde lang anhält ist ganz nett kann man ganz gut kombinieren von daher warum nicht schadet ja letzten endes nicht sagen wir es mal so und ebenfalls noch für extra ruf funke des lebens ist wieder der smaragd grüne traum am start da müsst ihr diese funken sammeln könnt ihr auch machen komplett ohne pvp es muss nur der war modus an sein ich würde euch dann empfehlen einfach world quests und so weiter zu machen die geben relativ viele funken oder auch dem boss der superblüte das gab meines wissens nach 15 also damit kann man das gut auch auch ganz gut füllen und gibt dann halt noch mal knackige 1000 ruf mit den buffs dann dementsprechend noch mehr ansonsten wie jede woche bleibe ich dabei ich bis zum schluss mache ich diese berufsquests hier bis ich irgendwann mal das zeugs voll habe also sprich bis ich irgendwann mal die was kann man hier mal verwurschteln bis ich irgendwann alle knowledge points habe erst dann höre ich auf damit vorher nicht aber ich sage mal so es kostet ja nichts in der regel oder sehr sehr wenig ihr könnt euch zur not alle items wenn ihr sie nicht habt auch im auktionshaus kaufen und dafür gibt es die paar punkte das kann man schon ganz gut mitnehmen und eventuell könnt ihr euch so auch noch ein bisschen pushen gab ja ein paar neue rezepte mit dem patch so dass ihr die besser herstellen könnt ansonsten wenn wir noch mal in den kalender blicken sehen wir nichts besonders an bonus ereignissen weiter und auch sonst ja nicht wirklich was los was ich aber die letzte zeit vergessen hatte und da wollte ich jetzt noch mal schauen ist es gab ja mit patch 10.2 auch hier so eine quest die dir ein damals 4 15er item gegeben hat welches sich aufwerten die haben sie entfernt ok die gab es vorher hier immer also die ist dann scheinbar nicht mehr im spiel hatte mich nur gerade mal interessiert weil die ja vorher sonst nicht auf der karte mehr angezeigt wurde zumindest mir nicht und ja das sind so die wichtigsten punkte hier was will er von mir das scheint auch eine neue quest zu sein zumindest ist mir die noch nicht aufgefallen wollte ich nur gerade mal anmerken irgendwas mit den splitterflammen sind zurück ja mal schauen gönne ich mir vielleicht irgendwann mal ansonsten kommen wir erst mal zum thema mythisch plus da haben wir diese woche die aufwechse tyrannisch umschlingend und platzend ich habe jetzt noch nicht wirklich gespielt aber an und für sich passt ein bisschen auf beim trash lauft aus dem umschlingend raus nicht die angenehmste id aber es gibt auch mit sicherheit deutlich schlimmere dazu ebenfalls interessant schlachtzugsbrowser ist jetzt der zweite flügel offen in amir drassil mit volkoros und laroda und dementsprechend bekommt ihr jetzt bei igira glimmeron und laroda tset token also ihr bekommt sie nicht garantiert ihr habt die chance dazu also könnt ihr nur über den lfr theoretisch mit ganz viel glück auf drei tset teile kommen ähm dementsprechend versucht euer glück vielleicht klappt es ja wer weiß dann schauen wir einfach mal in den smarag grünen traum rein da würde ich euch empfehlen am wichtigsten eigentlich wieder macht den world boss hibernationshelden ähm aurostor den winterschläfer besiegt allerdings muss ich da sagen ähm ich bin mir immer noch nicht sicher ob er loot droppt also ich habe ihn mit mehreren charts gemacht letzte woche und ich habe mal so eine drachenreitglüfe bekommen aber noch nie loot deswegen bin ich da noch etwas unschlüssig ob der nicht auch wieder buggy ist wie es damals der in der zaraleckhöhle war hat ja auch nur vier monate gedauert bis das am ende wieder lief könnt gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr da schon mal loot bekommen habt oder nicht also mit loot meine ich ein wirklich richtiges item weil da habe ich irgendwie noch keinen gehört der das hatte ansonsten am wichtigsten eigentlich im traum macht das super blüten event und schließt die quest dafür ab für loot dann ein würdiger verbündeter traumwächter das ist ebenfalls wichtig sammelt diese 1500 ruf und dann bekommt ihr halt den zweit oder wieder eine splitter hälfte setzt sie zusammen und ihr habt den nächsten splitter mit dem ihr euch dann beispielsweise ein 486er item herstellen könnt dafür braucht ihr aber auch dann die aspekt zeichen die gibt es aus mythisch plus dungeons ab stufe 16 hc oder keys 11 bis 15 wäre dann item 476 äh und so weiter und so fort oder ist es 476 473 müsste es sein oder ist es 476 ich nähe 476 ich war gerade etwas daneben ähm und ja ansonsten könnt ihr noch machen für gear diese quest die es hier daneben gibt wenn ich denn jetzt drauf kommen würde mit dem mauszeiger ähm erblühende traumsaat also fünf traumsaaten einpflanzen theoretisch müsst ihr wenn ihr nur die belohnung haben wollt auch nicht mal abwarten bis der ganze krimskrams blüht fliegt einfach rum kloppt fünf von diesen dämlichen samen rein und die quest ist auch schon fertig mehr müsst ihr nicht machen ähm gibt am ende eine truhe mit belohnungen gear etc pp also das ist schon eine ganz nette geschichte und ansonsten äh war es das auch schon mit den neueren sachen ähm wenn ihr wissen wollt was ihr im aktuellen patch generell machen solltet empfehle ich euch eines der älteren videos die wir schon gemacht hatten da wurde alles schon zusammengefasst und ansonsten viel erfolg weiterhin in dieser id allseits guten loot und bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal